InterNorga 23. Jedes Jahr ein Highlight. Denn er prägt im Mix aus Business und Entertainment. Die Menschen kommen zu uns, wollen wieder netzwerken. Hier werden die Verträge geschlossen, hier werden die Partnerschaften eingegangen. Die InterNorga ist die europäische Leitmesse für alles in der Hotellerie, in der Gastronomie, in der Systemgastronomie. Da reingucken, ne? 3, 2, 1, okay. Die InterNorga ist ein Platz, wo einfach alles Moderne zusammenkommt. Alle Hersteller von A bis Z zeigen ihre neuen Inspirationen und Visionen für die Zukunft. Hier trifft sich die ganze Branche der Bäcker. Küchenausstattung und Technik, hier wird einfach alles gezeigt. Kurze Wege, der Gastronom findet alles. Richtig gute Stimmung und macht richtig viel Spaß. Tag 3 von 5, mega geil. Wir freuen uns hier zu sein in der Newcomers Area. Super Umfeld hier, innovative Startups rund ums herum, wo wir uns auch zuzählen. Ein ganz wichtiger Baustein ist unser Rahmenprogramm, um der Branche zu zeigen, wo es zukünftig hingeht. Auf der Open Stage spricht ein Vordenker und Pioniere und in den Masterclassen lernen Menschen KI-Anwendungsfälle praktisch kennen. Ich finde es einfach toll, die neuen Food-Gastronom, aber auch Hotel-Trends einfach mitzubekommen. Dann auch solche Sachen zu essen, wie Fleischersatz oder Ei-Eirsatz. Ja und natürlich die Party am Ende. Wir lieben es hier zu sein, uns mit den Leuten auszutauschen. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Das wird mega gut. Ich freue mich aufs nächste Jahr.